Herr Bundespräsident, es gibt einen aktuellen Buchtitel, der heißt Afrika ist das neue Asien. Sehen Sie das genauso, zumindest auf wirtschaftliche Aspekte? Na, da ist noch ein weiter Weg, bis Asien die Dynamik der Wirtschaftsentwicklung Asiens bekommt. Aber für mich ist Afrika ein Zukunftskontinent. Eindeutig ist es eine neue Wachstumsregion. Eindeutig haben Sie Stärken, nicht nur die Rohstoffe, sondern eine sehr motivierte, eine sehr neugierige, natürlich auch eine sehr explosive Jugend. Wenn man das alles richtig macht, wird das ein Kontinent, der die Geschichte des 21. Jahrhunderts positiv prägt. Wenn es schief läuft, wenn wir dem Kontinent zu wenig Aufmerksamkeit geben, wenn wir weiterhin denken, wir können sie sozusagen ständig nur belehren und unsere Rezepte ihnen sozusagen aufdrücken, dann wird es nicht so gut gehen und das ist dann auch nicht zu unserem Vorteil. Aber unterm Strich bin ich sehr zuversichtlich, dass dieser Kontinent eine gute Entwicklung nehmen wird. Wenn Sie, man spricht jetzt von einem Kontinent, wenn Sie Unternehmer wären, wo wäre das Land in Afrika, wo Sie am ehesten sagen würden, da muss man hin? Also in jedem Fall ist es wichtig, nicht als Kontinent diese Frage, wo ich als Unternehmer hingehe, zu entscheiden, sondern nach Standort, nach Marktgröße, nach Rechtssicherheit, nach Stabilität, auch nach Sicherheit. Und wenn ich das nehme, gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Ländern, die in Frage kommen. Zum Beispiel ist die Rechtssicherheit gut und die Stabilität, die institutionelle, in Ruanda. Sie ist gut in Botswana. Sie ist auch gut im Grunde in Ghana, in Tansania, in Mosambik. Aber natürlich sind die Bedingungen anders als bei uns. Also man darf nicht erwarten, dass man die gleichen Rahmenbedingungen hat wie bei uns in Deutschland. Also jeder Unternehmer, der sich mit Afrika beschäftigt, mit einem Engagement in Afrika, muss genau prüfen, wie vor Ort die Bedingungen für sein Investment sind. Hat er genügend Rechtssicherheit? Hat er genug Sicherheit im Sinne auch von terroristischen oder kriminellen Aktivitäten? Hat er genug Mitarbeiter, die qualifiziert sind? Hat er genug Größe des Marktes, die sich das alles rechnen? Aber wenn er die Analyse sorgfältig macht, habe ich überhaupt keinen Zweifel. Da gibt es große Chancen für deutsche Investoren, weil die haben in Afrika einen super Ruf. Wenn sie den nutzen und zeigen, dass sie nicht nur ihren Profit im Kopf haben, sondern zum Beispiel auch die Ausbildung der Jugend und das Investment, das Arbeitsplätze nach Afrika bringt, werden wir Gewinner sein einer guten Entwicklung in Afrika. Herr Professor Köhler, vielen Dank. Unternehmerpositionen Nord. Eine Initiative der HSH Nordbank.